Hallo, hier ist Manja und wir spielen heute Bad Wars mit Ando Commando in unserem Team. Der ist ein Profi. Oh, ich bin Ando Commando, hallo, hallo. Du bist bitte. Hallo. Hallo. Ando, Ando Commando. Ey, du kannst mit Slash Shout kannst du an Ando Teamversagen, Hobbs. Ehrlich? Ich weiß. Mach mal ein bisschen Dings, demotivier die mal, oder was soll ich sagen? Mach die mental kaputt, du musst das mental schon gewinnen. Wenn die sehen, YouTube, ich hab das neulich schon gemacht, ich nick mich meistens immer um, wenn ich Bad Wars spiele. Ich geh rüber zu den Diamanten, kein Ding. Wenn die sehen, YouTube, dann fokussen die dich. Dann gehen die, dann nehmen die alle. Alle gehen auf dich drauf, weißt du? Ja, dann sind wir jetzt. Nein, Florian. Why would you ever do that? Ja, alles klar, wir sind doomed, wir haben schon verloren. Ja, wir haben schon verloren. Alles klar, schön, dass ihr die Folge heute geguckt habt, freut mich. Man muss wieder 37 Sekunden warten, bis man das sagt. Was? Nein, Florian war es nicht noch schlimmer. Ich werde mit meinen Homies noch ruhig. Ne, warte, ich wollte mich entschuldigen, das war gemein. Ich habe nicht genug. Okay, Boomer. Das war nicht gemein, aber ehrlich. Yeah, schade, Boomer. Oh, jetzt hast du dir Freunde gemacht, Flo. Guck, jetzt habe ich mich entschuldigt. Die beteiligen dich als Boomer, dann weißt du, dass du verloren hast. Was ist ein Boomer? Ein Boomer ist ein Left 4 Dead, die Dicken, die explodieren. Ja. Achso. Flo ist auch ein Dicker, der explodiert. Ich habe vier, fünf, fünf Diamanten schon. Guck. Echt? Ja. Ich bin es gut mit dem, mit Solomon Jones. Das ist schön. Guck mal. This is my fourth game. Der gelbe. Ich meine, gelber hat einen Punkt, muss man ihm lassen. Okay, guck. Nice. Warte mal, was können wir denn upgrade Ronin? Das gelbe Bat wurde zerstört schon. Ey, läuft. Ja, aber vom Blau. Ich glaube, Blau sind die. Das sind die Verbrauchenschwitzern. Ando, Kommando, boah, pusht. Okay. Okay. Ähm. Warte, ich kaufe jetzt. Is das so? Ah, ne, acht Diamanten brauche ich. Ich kaufe mal verstärkte Rüstung, oder? Oder ne? Ich mache, wir sagen erst Ressourcen. Mache erst Ressourcen oder danach. Den Rest. Ja, je nachdem, was du changst wirst. Wir richtig ist. Ich denke, erst Ressourcen ist das Beste. Ey, Toopps. Weißt du, was ich mich gerade frage? Geh dann. Ja, was ist denn? Alter Tops, ich hab grad, ich bin gestehr grad ein bisschen auf den Schlauch, okay? Warum? Okay, Tops, dividierst du den Dividend durch den Divis oder den Diviso durch den Dividend? Ähm, meistens nehm ich einfach den Toaster und schmeiß den gegen mein Fenster. Okay, und was sagt der Nachbar? Äh, der sagt dazu ja, ähm... Übrigens, habt ihr gekriegt hier, die, die einen sind schon tot. Ja, das passiert. Ja, Lara, schick mir ne Freundschaftsentfrage. Oh. Das war die, die wir... Uns könnt ihr nicht, weil wir Youtube angekommen und wir das disabled haben. Stimmt, ey. Das ist ja schön, dass ihr so ein bisschen abgehoben seid. Freut mich. Ich wusste gar nicht, dass ich abgehoben bin. Ich wusste gar nicht, dass ihr so aus habt. Ich hab mich schon gefragt. Alright. Flo hebt ab. Nichts hält ihm am Boden. Ähm, das geht da. Ich mag keine deutsche Musik, ne. Ja wirklich, die Deutschen, die sollen mal Englisch reden. Ja, die sollen mal Englisch reden. Was ist los mit denen? Ich weiß es nicht. Ach, diese komischen Österreicher, die reden alle österreichisch. Ja, die reden immer alle so bergisch, ja. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Ich hab dich schon österreichisch reden hören, Flo. Das war... Ja, und du hast gesagt, es geht. Ich hab gesagt, es geht. Ja. Ja, bestimmt. Nö, 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 nö. Nö, nö. Ich hab hier mich so halb rüber gebaut. Das Problem ist... Das ist ganz wichtig, Ronja. Wenn du dir... Wenn du Dias holst, dann musst du am Anfang immer eine Falle holen. Weil dann kannst du wissen, wenn der Gegner da ist. Aha. Ich komm mal nicht. Ich komm mal hier grad. Ich hab was ganz dummes gemacht. Ich hab was ganz dummes gemacht. Hast du so ein Bett abgebaut? Erstmal, Ando Kommando klaut unsere Diamanten. Siehst du das? Er schreibt ein Needham. Ja, er hat geschrieben, Half Diamonds, ein Needham. Ja, vielleicht braucht er das so ein Gesicht. Er klaut die Diamanten aus unserer Kiste. Hast du das gesehen? Der klaut die Diamanten aus unserer Kiste. Wirklich? Ja. Blau ist da! Hallo! Die kommen direkt zu uns. Oh, weißt du warum? Weil ich den aus Versehen einen Weg gebaut hab. Oh nein. Oh nein, Ronja. Ich bin tot, ich bin tot. Ihr restet die Basis, restet die Basis. Welche sind wir? Welche Farbe? Nein, der ist unten, glaub ich. Nice. Ando Kommando. Ando Kommando hat meine Diamanten genommen. Warum? Ähm, ihr müsst aufpassen, blau ist da. Aber blaues Bett wurde zerstört. Echt? Ja. Was für Noobs. Was für Noobs. Unseres Bett steht noch und das von den, äh, hier. Von den roten. Ronja hat nachts in ihr Bett gekackt. Was? Ja. Tops hat nicht mehr ein Bett. Er schläft in der Scheine. Ich hab ein Bettbeweis steckt. Ah, hinter mir. Ja, genau. Anja, das ist alles nur Photoshop. Ja, richtig. Das ist alles nur Photoshop. Das ist der Greenscreen. Ja. Ne, Photoshop. Live für Photoshop. 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 Photoshop Screens. Ich bin noch ein bisschen traurig, dass Ando Kommando einfach meine Diamanten geklaut hat. Heuerum. Ja. Ja. Ja, wirklich. Jetzt reiß ich mal zusammen. Ich bin so sad. Okay, was mach ich denn jetzt Schönes? Ich will gerne eine dauerhafte Eisenröstung. Dafür brauche ich zwölf Gold. Ich hab elf Gold. Das heißt, ich bin kurz davor. Oh, nice Tops. Nice. Team Blau wurde eliminiert. Ich bin wie ein Radiergummi. Wegradiert. Okay, okay, okay. Wie ein Radiergummi bist du. Uh, ich hab noch fünf Diers. Ando Kommando guckt mich an, als ob ich zum ersten Mal ein Bad Wars spiele. Der spielt's auch gefühlt. Ando Kommando hat auch einfach die Diamanten, hab ich dir schon erzählt. Die hat die einfach weggenommen. Oh mein, ne, ne, hat die einfach weggenommen. Hast du schon wieder ein Parcours gebaut? Oder waren das die Blauen? Nö. So, die hat den Parcours draus gemacht, weißt du. Blau hat die in die Vorlage gegeben. Ando Kommando klau doch immer meine Diers. Ich mag das nicht. Ne, dann schreib ihn an. Ich fühl mich so useless. Trashtalk ihn. Mach ihn fertig. Sag ihn, dass er irgendwie, keine Ahnung. Ja. Nein, ich bin gefallen! Ich hab den Chippen vergeben. Ey, talkst du in die Mitte und guck auf unserer Diamantenform. Ich will auch in die Mitte. Wie kommt man in die Mitte? Okay, aber wir haben nicht mal einen Weg in die Mitte. Keiner hat einen Weg in die Mitte gebaut. Aber ich bin jetzt bei Gabe. Ich bohr jetzt an. Freunde, komm mit. Okay, ja. Ja, warte. Okay, ich mach's, okay? Ich kenn das. Ich bin... Also ich kenn das nur nicht schnell. Junge! Geh down! Danke! Die Freundschaftsanfrage von Chaos Lara ist abgelaufen. Oh nein. Oh nein. Hey Rani, komm doch hier! Was denn? LOL! Der bombardiert die. Warum? Hier siehst du meine Nachricht. Ja, das bin ich. Ach so, du hast den richtig... Hi. Damit verbringst du deine Zeit. Damit verbringst du deine Zeit. Du bist du pushen jetzt, okay? Mhm. Oh mein Gott! Das kam aus dem Nichts, aber absolut aus dem Nichts. What the hell? Was? Was zur Hölle? Schreibst du... Ja! Schreibst du schon wieder Hi? Ich find's schön, dass du versuchst mit dem Feind zu kommunizieren. Schreiben die zurück... Ach guck mal, die haben Hi zurückgeschrieben. Echt? Ja, guck, wenn du seitlich guckst. Oh nein, guck! Das ist nicht alle böse. Aber guck mal, die haben's wesentlich schlauer als Flo eingestellt und haben's nicht so groß und überdimensional gemacht. Aber dann siehst du's nicht. Aber die beiden... Das ist... Das ist nicht profitabel. Ne, der bohrt noch größer. Der bohrt grad größer noch. Ne, ich glaub der bohrt grad nen Weg rüber. Ja, der bohrt grad nen Weg rüber. Ja, der bohrt grad nen Weg. Ich grade. Oh, warum brauchen die Smarako so lang? Warum?! Ey, es gibt nur noch rot und uns, gell? Ja. Was brauchen wir denn? Ab unser Typ klaut alle Sachen. Sollen wir... Ja! Das... Ich... Ja, und man will die in den Kisten lassen, weil... Bleibt bei allen zuhause, okay? Ich glaub die... Die Dings uns gleich. Ich hol grad die ganzen Sachen von äh... Welche Farben sind wir grün? Äh, Ende Pelle, Ende Pelle, Ende Pelle! Oh oh! Einer ist gestorben. Okay, ja, also ich hätte noch 6 Smarako, falls man damit irgendwas anfangen würde. Aber ich will halt nicht, dass... Ich hab 12 Dias. Ich will es halt nicht in den Kisten überlassen, weil der klaut es halt immer. Ender chest, Ronja. Kann man das denn nicht? Kann ich denn nur Zugrauf sagen? Ja, ja, das ist dein persönliches. Oh, das wusste ich nicht. Ja, Ronja, das ist... So, die sind immer ein Bier schwebt drin in deiner Kiste. Können wir kaufen? Also, was brauchen wir denn? Was können wir denn holen? Ey, was soll das denn? Der schmeißt mich ab? Kann doch nicht sein. Der schmeißt mich einfach ab. Du meintest, Axe ist gut, gell? Es ist Ruhe, Störung hier! Ihr runter mit dir! Drei Gold. Du lässt es auch fliegen! Runter! Los! Stirb! Warum stirb du nicht? Ganz ruhig. Ich habe jetzt eine Diamante-Axt. Weil du ja meines Axt ist. Ich rüste jetzt aus. Okay, perfekt. Da war auf der Eisenrüstung gekauft. Nice. Weil da hast du komplett... Also, diesen Eisen-Harnisch oder was das? Ich habe den Swag gedroppt. Nimm ihn sonst. Äh, was wollte ich denn Dingsen upgraden? Habt ihr in der Falle jetzt geholt oder nett? Was soll ich abgraden? Die brauchen Erfolg. Äh, gut, oder? Ich weiß gar nicht, was ich mir jetzt mal machen kann. Soll. Äh, du kannst dir damit gute Sachen. Hör dir am besten, wenn du sechsmal Raktor hast. Ja, ich habe zehn. Dann hol dir eine Dia-Rüstung. Dann hol dir eine Dia-Rüstung. Dann hast du die permanent. Wie, wie geht das? Ja, du gehst einfach hin. Du drückst auf die Schuhe. Also, auf die Rüstung ganz oben. Dann siehst du, die ja kosten sechs Maragde. Boah! Sechs Maragde? Ich habe zehn. Dann habe ich ja noch vier über. Dann kannst du die vier, die du über hast, in der Kiste tun. Dann kann ich andere Mates auch noch dementsprechend bedienen. Ich hab's. Ich bediene dich. Ah, danke. Äh, da schießt jemand auf mich. Nö, nö, nö. Das war Upgrade. Äh, hast du noch ein paar Smaragde? Ich nicht. Ne, ich habe aber noch ein Dia. Hier. Guck mal, guck mal im Inventar. Ich glaube, du hast noch ein Smaragde, oder? Oh ja. Danke. Wollte ich jetzt nur noch ein Smaragde, dann könnte ich mir auch eine Dia-Rüstung holen. Ah, das ist klar. Dir schön, ich bitte. Der Typ sagt, wollt ihr einen Spaß, einen Witz hören in einer Minute? Wahrscheinlich wollen die uns gleich pushen. Oh oh. Ich wollte ja seine Lebensgeschichte erzählen. Ja, das könnte... Ohhhh! Tops, jetzt sei doch nicht so. Die wollen die, die contesten die Smaragde hier gar nicht. Ja, das ist doch schön. Ja. Ich habe jetzt keinen, das extra hoch zu gehen für die anderen. Hier, Tops, ich habe dreimal aufgefällig. So, Tops, ich bin jetzt fuller und drin hier. Was ist das? Ich habe alle Abbautools. Ich habe einen Bogen. Ich habe... Ich lagge. Wo gibt's Dings? Feier, 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 feier. Warte, 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 Tops. Komm her, weil Andu-Kommando ist gerade da. Der nimmt zu sich. Stimmt, es gibt noch Andu-Kommando. Genau. Und sehr. Andu. Andu-Kommando. Ey, kauft euch, wenn ihr... Ehm... Einen Knockback-Stick. Knockback? Oh, gab's nicht Knockback-Bogen? Du gehst auf Nahkampf oben und kaufst diesen Stock. Der ist richtig gut. Stopp, 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 stopp. Hier. Ihr habt euch ja... Oh. Oh. Hast du noch mehr? Ich hab das. Ja, jetzt kann ich mich rüberwerfen. Nice. Mit der Ender-Perle. Träumchen. Warte, ich komm mit. Ich komm einfach mit. Ja, das ist einfach mein moralischer und seelischer Beistand. Ja, aber es muss einer zu Hause bleiben gefühlt. So rot. Ja, einer... Wir haben richtig fette Fallen. Ja, Andu... Andu bleibt zu Hause, oder? Andu und Andu? Ja, dann bleib ich mit Andu da, okay? Andu muss zu Hause bleiben. Andu hat Hausarrest. Andu, nimm mit. Andu darf nicht rausgehen zum Spielen. Okay, und jetzt? Oh, 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 oh. Ich bin hier nicht reingelaufen, du bist in mich reingelaufen. Heißt du noch Blöcke zu nach oben? Ich bin... Das ist schon ein Brett irgendwo. Ja! Oh, nice! Oh, ist ja gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut gemacht, Topps. Reingeschwitzt! Können wir mit dem ganzen Schwitz gerede? Nein, ich würde gerade sagen, eigentlich schwitze ich gar nicht mehr so viel, Ja, jetzt ist es ja auch wieder abgekühlt ein bisschen. Ey, eine Rote ist gerade, die Roten sind gerade, ähm... Kommen die Roten zu uns? Nee, also die... Ja, ich habe einen, ich habe einen! Nice! Der fällt da runter? Ne. Hey, nö, warum nicht? Der hat sich gesaved, der hat sich gesaved. Was? Ne, jetzt ist es, ne, die Bros, die wurde ins Nichts geworfen von Chaos. Finaler Kill. Wo sind die letzten? Einer ist beim blauen, äh, Bett. Okay. Und ich glaube ein paar sind an der roten Bett. Hallo, bla bla bla! Ja, nice! Die sind nie in der Mitte, wie soll ich denn mal brawlen mit denen? Braun! Ich bin braun! Ja, die sind beim blauen Team. Braun! Guck mal, die haben noch mal High geschrieben auf ihr Dings. Siehst du's, Flo? Die roten? Wo denn? Wenn du, wenn du guckst, äh, quasi auf ihren Übergang zu Diamant. Boah, Baublöcke. Ach, Leute, ich sehe es! Oh, ich habe Baublöcke. Ja? Ja. Ah, danke. Ah, hier. Ah, ich push mal, okay? Oder, wobei, ich sollte mir lieber nicht machen vielleicht. Doch, 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 klar. Wir können. Warte, wo sind die? Einer ist beim blauen Haus und ich glaube die anderen beim roten, oder? Äh, wir können erstmal zum blauen gehen, oder? Ah, guck mal, Alter. Ja, aber pass auf, weil die schießt uns ja aus uns runter. Ja, und das können sie gerne machen. Was sollen sie tun, hä? Der ist einer. Undo Kommando pusht gerade das rote Dings, by the way. Aber das ist gut, weil wir gehen hier zu blauen, dann sind die eingepfercht. Ah, what the hell? Wie hat der mich denn da umgekriegt? Der hat mich, okay, der hat mich gerade gekommen. Okay. Warte, das Bett von den roten steht auch noch. Nee, das Bett von den roten steht nicht mehr. Nee, 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 du siehst das rechts. Ach so, ah, nevermind, ich habe mich verguckt. Hast du gut gemacht, Ronja. Ich mag, wie die Gelben ihren Weg bauen. Ich habe das Gefühl, der ist halbwegs stabil und sicher. So, wo ist er hier? Ah, er ist runtergesprungen. Nice. Das war der Typ, der die ganzen beleidigt hat. Äh, ansonsten? Er hat uns beleidigt? Ja. Dann müssen wir den fertig machen. Warte, jetzt gibt es noch zwei rote, wo sind denn die? Ihr seid schon bei grün drüben. Sehr gut gemacht, Floor. Wo sind die letzten? Bam, bam, bam. Die sind drüben bei Rot. Mitte, 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 Mitte. Mitte, ich bin gleich Mitte. Ich bin gleich Mitte. Topsas, die haben wie so ein Motorrad, was gerade nicht ansteht. Oh, ja, 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 ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Mitte oben. Ja. Warte. Ey, wir sind bei Ross Profis einfach. Er hat sechs, er hat sie sieben. Hopping, hopping, hopping. Einer noch, wo? Wo? Alle sind hoch. Ähm, okay, einer noch, wo ist der? Wo denn? Guck mal, ne Taktik hat sich... Ja, gute Frage, nächste Frage. Kompass haben wir, der zeigt hin. Okay. Hilft mir überhaupt nicht. Okay. Und tschüss, kleiner Leitermann. Oh, da ist er, da ist er runtergeflogen. Ich glaube es nicht. Nice. Nice. Eine weitere gewonnene Runde. Bad Ross, was soll man sagen. Der backt noch ein bisschen da unten rum. Aber wir haben gewonnen. Flyhacker, Flyhacker. Flyhacker. Nö, servileck grad. Servileck, alles klar. Servileck grad? Ja, okay, gut. Dann war's für diese Runde, wenn's euch gefallen. Nein, ich hab's ausgebrochen, geil. Ja, ich auch. Wow. Ja, gut. Ey. Ja. Tops. Ja, was denn? Wegen sie still. Alles gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Kartoffeln frei! Ich hasse dich, ich hasse dich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.